Die extra damit sie die töten können und dann schießt du als erster mal die Baller nicht mit Ich verstehe das System nicht so ganz Aber das war ja nicht das erste Mal, dass etwas nicht funktioniert wie es sollte So So Das sind zwei Ziele Und das ist Nummer drei Drei durch Okay Da ist noch einer Auf zwölf Uhr Mein Däner Auch erledigt Alles cool Bin gleich da Ich sehe keinen mehr Seht ihr noch irgendwo was? Sehen wir unterwegs? Da hinten sehe ich keinen mehr Ich auch keinen mehr Kontakt links von uns Einer mit Sturmgewehr Was tut er? Ist eine Patrouille Der war mal Tarnung fährt hoch Vorwärts Der Flieger wird hier nicht lange auf uns warten Ich sehe nach drei Gegner Geradeaus Tarnung ist an Ich sehe nur zwei Zwei Ziele markiert Drei Dein Zeichen Auf dein Zeichen Nicht gut wie Und drei Schuss bereit Feuer, Feuer Kommen kein Ziel Musstabplatz Das war eine Lasse jetzt Oh guck mal Die haben sich alle einfach schlafen gelegt Das Ding kommt nicht weit Leichtes FG da Vor Auf neun Uhr Vergiss nicht Nein Sie hat Probleme Sie kommt Volker Gott sei Dank Tarnung aktiviert Hinter dem Camp schlägt sie auf Na super Dann sollten wir zuerst Okay Vielleicht wird es der Maschine An der Abschlussstelle abholen Wie viel Zeit bleibt noch bis zum Sturm Dann sollten wir lieber Kriechen Sprinten Natürlich direkt auf den Sturmzonen Jodo my friends Der ist schon tot Boah alter man sieht ja gar nicht Wir schaffen das Jungs Auf geht's Da hinten ist ein Leuchtfeuer Wir verfolgen Gegner Die sich Dann sind sie da Overlord Hunter Wiederholt Wir sind im Anmarsch Auf die Abschluss Overlord Unverständlich Wiederholt Beenden die Kommunikation Bis der Sturm vorbei Wir sind wohl auf uns gestellt Bleibt zusammen und weiter zur Abschlussstelle Das kann kaum noch schlimmer werden So sehe ich nicht so ein bisschen was Friends Was geht ab Noch nie so was krankes gab wie hier So dafür werde ich zu wenig bezahlt Ich verlange Lohnerhöhung Wir müssen wieder durch das Camp Und es ist in Aufruhr Warum können sie nicht mal in der Nähe abstürzen Warum können sie nicht mal Wie oft ist das denn passiert bis jetzt What the fuck Das war saugut von mir Was wird mich irgendwann wiederbeleben Kommt her Ich brauche Hilfe 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 Das ist ein schwächer Punkt Scheiße Die wissen doch so Wovon ich da ankomme Ach ja Passt auf Wir müssen wieder durch das Camp Und es ist in Aufruhr Warum können sie nicht mal in der Nähe abstürzen Beim nächsten Mal Ich will kein nächstes Mal Haha Ancient Woche Susz Hier Jetzt Hier 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 Wir haben gar nicht Zeit mit ihnen zu spielen. So erstmal hier alles in die Luft springen. Ok machen wir es so. Da ist keiner mehr. Erledigt. Erledigt. Wir wollen keinen Kivilisten da durchfressen oder nicht da durchballern. Ist auch relativ scheiße. Ich hoffe das ist gut im Lebenszeugnis. Weg da jetzt. Wir wollen keinen Kivilisten da durchfressen. Der Schwein hat einen Zivilisten umgebracht. Der Gegner bekommt einen Arschtritt. Der Schwein bekommt Verstärkung. Alter ja du bist selbst schuld. Du hast auch schneiden abgeballert ja. Ja man ein Sniper oder sowas ey. Der Schwein hat einen Sniper. Der Schwein hat einen Sniper noch. Fick dich Fick dich Den Tanks und Schönen Day noch Miep Alter was ist denn jetzt die Lose Das war der Plan Schnauze jetzt Weiter geht's Lassen wir uns beeilen Leute Keine Zeit zu verschwenden Es sind noch nicht viele da Es wird um einiges schwieriger Sobald es mehr werden Aufsieh Daran auch aktiv Fühlen sich müde oder haben sie Schmerzen Machen sie eine Pause Wenn ich Mal aufzuleben Schnauze Schnauze wir müssen sich die gemütlichen weg holen ach du scheiße geht es noch langsamer machen ich bin jetzt Er ist toll! Schwanz ey! Pepper! Hattet mich mal auf! Irgendwie in die Testgenuggets sind, du Idiot! Aber ja! Wir sollen das doch versuchen! Einen hab ich! Rundgang von vorne! Keiner hat es draußen! Müssen wir sitzen! Richtig! Mach doch mal jetzt! Danke! Wo denn? Alter! Fickt euch doch einfach nur noch, ey! Könnt ihr doch mal ein bisschen helfen, wie wärs damit? Nein! Stehen da hinten rum! Das macht ja aber so viel mehr Sinn! Ja, ja, ja... Da kommen sie! Wunden bleiben und auffassen! Leichtes Freifahrzeug! Der Zeit wird auf den Schlagraum! Granate fliegt! Verstand die Granate! Erster kam nicht mal! Es ist ein Laster! Ach, die Valleys sind eingeschossen! Mh! Ich lade nach! Kommt an! Von vorne! Einer erledigt! Gegen erledigt! Gegen erledigt! Spörfeuer! So! Da kommen mehr! Zuerst die mit SG! Erledigt! Der Tag ist eisert! Tolle Idee! Haltet durch, Ghost! Die Hilfe kommt in wenigen Sekunden! Kontakt links, links! Sie haben ein leichtes Fahrzeug! Ich komme von links! Dreiste Granate! Er ist erledigt! Kieler! Er ist tot! Okay, da ist noch einer! Dau'n! Er hat auch so viel zu überlegen! Bin unterwegs! Ziel erledigt! Alles klar! Jetzt haben wir sie! Falschbootbefall! Wir kommen gleich her! Overlord, wo ist die Verstärkung? Der Verwärmst Käpt'n! Sie ist der andere! Vornauhr! Nein! Da ist noch eine Verstärkung hier! Ausfall, Gurt! Bleib am Fein! Wir schlagen ihn zurück! Alter! Schnautz! Das war's! Ich merk's! Das war's! Geschafft! Overlord! Alles gesichert! Gut gemacht Team! Die Eingreiftruppe übernimmt und holt die Blackhawk! Wir ziehen sie jetzt von da ab! Okay! Verstanden! Das ist aber auch egal! Das war das Level! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Und dann war's! Die Aufsonderesession! Ich bin glaub ich will mal was zu sehen! Schrodet! Alles in die Kommentare was ihr zu sagen habt! Und ähm! Vorschläge! Ideen! Wünsche! Konstruktive! Konstruktive! Kritik! Und hast du nicht gesehen! Würde ich mich ziemlich drüber freuen! Äh! Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal! Und dann würde ich sagen! Jawoll! failed! Bist du Puzzle? Oha? Das gucken wir uns noch nicht an! Gut! Und bis denn dann! Tschüüüüüüüü history!